Wenn Sie, meine Damen und Herren, leicht masochistisch veranlagt sind und einen schrecklichen Anblick ertragen können, dann habe ich einen heißen Tipp für Sie, nämlich das Börsenseminar am 2.8. von 10 bis 15 Uhr mit Markus Huckmann, also dem schrecklichen Anblick, der Sie dann erwartet. Mich persönlich würde es sehr freuen, ich spreche oft in eine leblose, irgendwie tote Kamera und freue mich immer, wenn ich lebende Menschen sehe, die möglicherweise sich meine Videos antun. Für mich wäre es ein großes Vergnügen, würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sind. Worum geht es bei diesem Börsenseminar, das zeige ich Ihnen hier mal. Da haben wir zum Beispiel den Bluestar-Trendindikator als Trading Support, wir haben mentale Tricks und Börsenpsychologie, Einführung in den Metatrader, Handelsstrategien vom Profitrader und diese Seminarreihe, die findet nicht nur in Hamburg statt, am 2.8. wie gesagt, sondern eben auch Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt, da bin ich allerdings nicht dabei. Sondern eben nur in Hamburg. Sie können sich ganz einfach anmelden für dieses Börsenseminar am 2.8. in Hamburg, aber eben auch für die anderen, indem Sie sich hier die Anmeldemaske mal anschauen und dann eben auswählen, für welche Stadt Sie sich hier anmelden wollen. Das Seminar wird veranstaltet von MarketsX und dem Trading oder der Trading House Börsenakademie. Ich werde jedenfalls in Hamburg auch mal mit dabei sein. Würde mich freuen, wenn Sie auch da sind, wenn wir uns da mal von Angesicht zu Angesicht sehen können und Sie dann Ihren Masochismus mal so richtig ausleben können. Ich wünsche das Allerbeste. Bis dann. Servus und ciao.